Haben Sie sich für eines unserer Häuser entschieden, können Sie Ihren Traum von den eigenen vier Wänden wahr werden lassen. Wir begleiten Sie von Anfang an. Vom ersten Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss und während der Bauphase. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl und Vertrauen in den gelungenen Start in Ihre neue Zukunft. Beim Notartermin ist Ihre persönliche Beraterin selbstverständlich an Ihrer Seite. Der Notar geht den Kaufvertrag mit Ihnen noch einmal vollständig durch und beantwortet dabei auch alle Ihre Fragen. Mit dem Kaufvertrag vereinbaren wir sämtliche Details Ihres Eigenheims. Das gibt Ihnen ein exaktes Bild der vereinbarten Leistung und sorgt damit für maximale Sicherheit. Ab jetzt können Sie sich entspannt zurücklehnen, denn die Deutsche Reihenhaus baut für Sie.